Hallo und herzlich willkommen bei Virtues in einer neuen Folge Gears. Danke, dass ihr eingeschaltet habt auf dem Kanal im letzten Kapitel des Spiels. Und wir müssen uns jetzt hier durchfalten, habt schon gehört. Ja ja, schöne alte Rüstung hier. Ihr habt hier eine Menge arme Signaturen. Na, wegen dieser ganzen Verantwortung habe ich die Armee verlassen. Immer dieses Ungeheul, was liegt da so rum? Ein Buch. Wir müssen da raus. Los jetzt! Wir müssen die Abdeckung maximieren! Darum! Na, verdammte Scheiße! Okay, wird. Wird erledigt. Hey, Lehmann! Weg der Schickrack, da wird sie vorbeifahren! Was ist das? Ja, wir kommen jetzt wieder. Ich lenk ihn ab! Hey, Archer! Hier rüber! Ich lenk ihn ab! Ich lenk ihn ab! Ich lenk ihn ab! So, jetzt haben wir jetzt wieder. Ich lenk ihn ab! Ich lenk ihn ab! Ich lenk ihn ab! Und Dad? Hattest du Old Defera so in Erinnerung? Ja, James! Ein verdammter Ausflug in die Vergangenheit! Hab dich! Es gibt Neuigkeiten! Der Code-Train-Sender ist bereit! Das wären zwei! Gute Arbeit! Ich schicke einen Satelliten zu dir! Dann lasse es mal ein Feuerlegger, Baby! Werfe Granate! Und zu! Ich schicke einen Dug, gleich! Ich schicke einen Unimä! Ich schicke mich jetzt! Ich schicke mich! Ich schicke mich! Ich dachte, ihr denkt das scheiße hier. Dann kann ich vielleicht ein bisschen mehr ausrichten. Ich bin ein bisschen mehr ausgelaufen. Ich bin ein bisschen mehr ausgelaufen. Ich bin ein bisschen mehr ausgelaufen. Ja, ein bisschen aufmunitionieren. Das funktioniert wohl jetzt, ja? Ja. Was ist das? Oh, ich hab's gebratet. Na los, säubert das Gelände, sonst bringt uns der Sender gar nichts. Einer geht. Achtung, Aufseher! Zack, Schockpolle! Was ist das, Schockpolle? Wo waren die Waffen? Wo ist das, Schockpolle? Was ist das, Schockpolle? Komm schon, hilf mal an hier. Ich bin auf dem Weg! Hilf mir hier mal eben! Ich bin getroffen! Wird schon! Wird schon! Wird schon! Da nachher raus! Ich bin unterwegs zu dir! Wo seid ihr denn? Hilf mir hoch! Anart, dann aus! Schockpolle! Ja, ich mach das noch mal. Ja, ohne die richtigen Waffen hat das kein Spaß, ne? Fischer! Marcus, stell den Bender auf! Sind dabei, braucht Deckung! Fehl! Bender bereit! Ich seh das Signal! Schnappt euch die Ziele! Geschafft! Und was machen wir jetzt? Verkästchen mit dem Laser! Die Satelliten machen den Legs! Halt mir den Swarmag aus! Delta, der Schwerf ist jetzt frei! Hallo, Schwerf! Also, noch mehr Magen sind im Anmarsch! Swarmag geht zum Boden! Ah! Geht auch klar! Was macht ihr da? Ja! War das ja alles! Hab sie! War das alles? Ziel ausgeschaltet! Oh! Soll ich aber mal gucken, was ist da oben eigentlich? Okay! Sagen wir ja mal, ängstlich mal wie ein Hammer hier! Ja! Da geht hinten lang! Der Rauch kommt von Echos Absturzstelle! Ihr drei schwärmt aus! Ich bleibe zurück und schütze den Sender! Wir sehen uns dann drüben! Verlass dich drauf! So! Bernd! Sierra Trupp hat den Sender platziert! Wir stehen unter starkem Beschuss! Wie schnell kriegst du den Satelliten über uns? Einer ist auf dem Weg zu euch Sierra! Ich nehme an, das Ding hat keinen Turbo! Nein, aber keine schlechte Idee! Iris, notier das! Hab ich mir bereits notiert, Damon! Na, fängt hier gut an hier! Ja! Direkt vor unserer Haustür! Erklärt den Aufseher, den wir erlegt haben! Ja! 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 Oh nein! Ein Abit! Ich glaube, es ist halt gut lang. Das ist relativ egal! Warum hat er den jetzt nicht angeht? Warum hat er den jetzt nicht angeht? Ja! Ich hoffe, es ist ja! 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 Das gefällt mir nicht! Das gefällt mir nicht! Ja! Ja! Das gefällt mir nicht! Ah! Ja! Ja! Wenn du so viel gesehen hast! Viele von den verfluchten Dingen gibt es noch. Alles über den jetzt noch kriegen? Nein, niemand. Oh, ungünstig. Muss er denn nehmen, was wir kriegen können, ja? Munitionsprobleme sollten wir hier im Hauptquartier weniger haben. Achtung, da ist ein Glotz! Können wir nicht schießen. Wir sind auf dem Weg, Panic! Halte durch! Aber der war vollkommen nie weit. Da ist der Rest von mir, da ist jemand. Zu klären, dann bin ich zu klären. Jetzt gehen wir wieder. Nein! Dann geht's los. Ich bin in einer Sekunde da. Ich bin in einer Sekunde, aber ich bin in einer Sekunde. 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 Ich sehe keinen Weg. Vorschläge? Jack, schock den Licht. Mach dir alle platt. Ich bin in einer Sekunde. 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 Vielen Dank.